Es gibt heutzutage nicht nur noch einen Weg, seinen Gefühlen ungebrochen und ungehemmt Ausdruck zu verleihen. Und das ist mit der Musik. Die meisten Stars heutzutage können keine Noten mehr lesen. Gott sei Dank können sie wahrscheinlich ihre Texte wenigstens noch lesen. Aber das ist jetzt unser Problem, denn wir haben keinen Text für unser schönes Lied, was wir jetzt machen wollen, meine Damen und Herren. Deswegen fahre ich jetzt mal wieder ins Publikum und habe eben schon so etwas kleines, lustiges mitbekommen, nämlich wer hat denn hier heute Geburtstag? Zwei Mal Geburtstag. Wie ist denn Ihr Name? Dora Lange. Und darum? Margot Zona. Margot Zona. Also Margot und Dora. Also schreit nach dem Geburtstagsständchen. Ja. Ja. Cool. Gibt es denn irgendwas ganz Besonderes, woran Sie sich so gerne zurückerinnern? Auf Kanaren. Urlaub auf den Kanaren. Urlaub auf den Kanaren. Kapellmeister Zerlet. Sie hauen die Tasten und es geht jetzt auf unsere beiden Geburtstagskinder. Ja. Macht das sicher. Ja. Margot und Johanna haben Geburtstag alle Tage. Heute ist Geburtstagstag. Drum backt Dirk einen Kuchen für Johanna und für Margot Geburtstag. Kanaren. Kanaren. Kanaren Vogelkuchen. Wir wünschen alles Gute für Johanna und für Margot. Herzlichen Glückwunsch an Johanna und Margot und Dankeschön an Helmut Zerlet. Meine Damen und Herren, ich könnte es für immer so weitermachen, aber ich glaube, diese fünf sind am Ende. Und wir sind es auch. Bis nächste Woche. Sprechnauzie, XXL, Schwammisch! Sprechnauzie, ich gescheint. RTL, 2015